Nur, dass sie die Höhen nicht abtaten, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. 2. Könige 12, Vers 4 Das ist doch seltsam. Hier wird berichtet, wie sehr religiös Israel war. Wo eine liebliche Berghülle war, da stand ein Altar. Und die Luft war erfüllt von Weihrauch und Opferduft. Sollte ein so religiöses Volk nicht ein Lob von Gott bekommen? Stattdessen wird von diesem umfassenden Religionsbetrieb vorwurfsvoll, ja mit Abscheu berichtet. Wie ist denn das möglich? Es kommt dem heiligen, lebendigen Gott nicht darauf an, dass wir religiös sind, sondern dass wir die Versöhnung mit ihm, die Vergebung der Sünden suchen und finden auf dem Weg. Den er dazu verordnet hat. Da gab es im Tempel in Jerusalem den Altar, auf dem morgens und abends ein Lamm geopfert wurde. Und dieser Altar war ein Hinweis auf den großen, bedeutungsvollen und endgültigen Opferaltar. Das Kreuz, das auf Golgatha stand. Auf den, der an diesem Kreuz starb, wies ein großer Gottesmann hin mit dem Wort. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Den richtigen von Gott verordneten Altar und das richtige von Gott verordnete Opfer sollte Gottes Volk suchen. Seine selbst erwählten Opfer, Räuchereien und Religionen machten keinen vor Gott gerecht. So gibt es auch für uns nur einen einzigen, von Gott verordneten Weg zum Leben, zum Frieden und zum Errettetwerden. Jesu Kreuz auf Golgatha. Aber dieser Weg ist sicher und dieser Weg macht wirklich vor Gott gerecht. Auf ihm kommt man ganz gewiss an das Ziel. Herr Jesus, du starbst am Kreuze, damit wir aus allem religiösen Nebel zum Frieden mit Gott kommen. Dir sei Dank dafür. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.